Sooo, hallo und herzlich willkommen hier ist Suryuus Jaaa Hä? Bist du leise? Hab ich da... Achso Hier hab ich ja extra Rampe geschraubt Aber man hört so gar nichts Hallo? Mein Kraft Sprich mit mir Hab ich denn noch... Ich hab da... Ich hab das Gemälde die ganze Zeit dabei und hab's da nicht hingelegt Und lol Tü-tü-tü-tü Okay Ähm, das hat sich so leer Also so Nichts Sagen Was mach ich da hin? Achso, nein, eigentlich ist es ja doch richtig Ähm Ups, hab's angezoomed Tschuldigung Ey, ich sollte jetzt erstmal in den Keller gehen und mir... Bricks holen? Gott ist das ungewohnt Gott ist das ungewohnt Ist einfach so... Ähm, genau, Bricks, Bricks... Nehmen und Siegel Jaaa, ich sollte mal wieder... Auf Suche gehen Und dann... Wollen wir nennen... Da haben wir zwei Ofen Ähm, Kohle, Kohle, Kohle... Ressourcen Da haben wir... Jaa, da... Da-da-da Da-da-da Da-da-da-da Und so, ne? So... Hab ich da noch? Ja, hab ich Also für mich hat sich das gerade total nach nichts an, weil ich noch nicht mal die Viecher höre Aber ihr habt natürlich dann wieder Musik drunter gelegt, äh, ist euer großer Vorteil. Ähm, genau. Ich war ja dabei, ich weiß nicht, nachzubauen. Stimmt, dafür brauchen wir wieder Sandstorm. Verdammt, du Sandstorm. Nee. Dann machen wir so ein Weckelunzen. Zu, drei. So, das ist schon das dritte, dann ist hier eine Tür. Was habe ich da eigentlich? Achso. Das ist nur für die Außenverkleidung, also kann da ja Holz hinkommen. Kommt drauf an, ob ich das nicht auch jetzt dann irgendwie mal, äh, massiver bauen sollte. Weiter, weiter, weiter. Nein, habe ich natürlich immer wieder nicht. Ähm, dann kommt da schon drüber. Ja, das liegt alles mal wieder am Holz. Ich sollte mir mal, verdammt nochmal, eine neue Rüstung bauen. Achso, nein, ich habe ja noch eine im Petto. Stimmt ja, da war ja was. Ähm, stimmt. Und, ich sollte eigentlich noch aufnehmen für die nächste Woche, wo ich nicht da bin. Warum machen die denn alle keine Geräusche? Äh. Minecraft-Bug. Gibt's öfter mal. So geht's. Ich brauche noch Holz. Nehme das einfach mal mit. Ich brauche noch Zaun. Ich brauche noch eine Tür. Und, erst mal wieder hoch. Ich hoffe doch, ich habe jetzt alles. Ich habe auch, also ich werde alles mal ziemlich, äh, also ich werde das Haus erstmal erweitern. Also hier ja eben der Turm rein. Ähm, da kommt dann das Schlafzimmer hin. Und ich habe mich entschieden, dass der Swimmingpool einfach mal fett größer wird. Und, äh, dementsprechend auch in eine Halle kommt praktisch. Also, wird das auch nochmal zu meinem Zimmer. So, wir haben jetzt hier, wir haben das. Und, das ist die andere Seite. So, dann, ähm, F. Ähm, da kommt sowieso auch nichts hin. Ne, mal so. Ähm. Dann. Eins, zwei. Also. Tür. 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 O Gott. Ja, ne. Hab ich schon verkehrt, aber mir hingelebt. Ok. Eins, zwei. Eins, zwei. Ok. Was? Warum Sprinter? So. Eins, zwei. Eins, zwei. So, ok. Oh, und meine Axt. Muss ich wieder mal reparieren. Ab der Axt. Oh, okay. Oh, und meine Zeit im Zusammen. Wie ist die Samstar? Ich bin die Samstar. Ein Moment des Samstar, bitte. Ah. Ich bin die Samstar, ich bin dran. Oh, chez Gott. Ist das nicht mehr, ich bin dran. Und du den必st, in der R equilibriert wird. So, da, ich lasse jetzt bei den Turm einfach mal und lasse hier den Ausgang, würde das hier wegreißen, ach ich probiere es einfach mal, geht nicht kaputt. Oh, du Scheiße, mein ganzes Werkzeug ist so hoch gegenüber, was ist das eigentlich, was steckt da zu tief drinnen? Wie sich alles immer anhört, steckt zu tief drinnen. So, ja, ihr fragt euch jetzt sicherlich, was macht der für eine Scheiße, ich will den ganzen Team Stone haben. Wir werden das jetzt, ups, das war einer zu viel. Ich werde das hier drin aushöhlen mit, ich glaube, ganz billig einfach mal. Holz. Das ist gerade so das billigste. Äh. Halapa. Wo? So. Ah. Ah. Jetzt. Mach doch. Flamte. Ach. So. Weil das ist ja jetzt alles sowieso damit gegründet, dann. Ja. Woher kommen jetzt... Das ist nicht irgendwie gerade unnormal, dass ich jetzt auf einmal Bricks habe. Oh, da war ein kleiner Leck. Woher kommen auf einmal diese Bricks? Ich habe keine Ahnung. Ich werde mich nicht beschweren, obwohl ich es gerade eben getan habe. Ähm, ja, das Dach muss ich hier erstmal wieder abreißen. Ich muss so viel Lizard fressen. Erstmal mache ich mir jetzt neues Werkzeug. Scheisse, ich habe vergessen draufzuschauen, wann ich aufgenommen habe. Verdammte Axt. Wieso sage ich jetzt an der Hund verdammte Axt? Scheiss Axt. Äh, nicht was bei Ausrüstung. Klar. Nein. Ähm. Lass mal zu den Ressourcen. Für die Spitzhacke. Drei. Dann mache ich mir gleich noch ein neues Schwert. Und eins, zwei, drei. Dann. Ähm. Wir haben noch genug Stickies übrig. So. So. Ähm. Und ... Die hier kombinieren wir gleich mal. Und dann noch. Und so. Ne? Jepp. So. Sand. Vielleicht sollte ich... Wir haben schon wieder nacht. Ich muss schnell schlafen gehen. Alalalala Schneller Mio Mio Uaah Uiih Das ist schon wieder Morgenstellbop So, jetzt wird das hier als erstes mal weggerissen So, ähm Ja, im Prinzip kann ich das hier alles wegreissen Ich gehe einfach mal nach oben Wahrscheinlich habe ich jetzt wieder zu wenig Holz dabei Dafür Hier Oder? Wahrscheinlich schon, ja Oh Warum lagst du denn? Liebe Spiel Warum fängst du auf einmal an wieder zu laggen? Jep Oh, scheiße, das muss ich auch noch weg Ich muss alles weg Alles weg Alles weg Alles weg Kaum geht es in die zweite Staffel umstrukturiere ich mein ganzes Haus um Nein So, hier können wir ja noch gerade hochkommen Wieder Toon Ähm Ja.